30 mm One-Shots, immer als Dreierfächer geschossen. Position 2. Single-Shots 3. 4. 5. So, Single-Shots 6. Dann gehen wir weiter zu den 50 mm. 7. 8. 9. Der ist es gut. 10. 11. 12. 12, 14, 15, 16, Oh, ja, 17, Jawohl, So, dann gehen wir zu den 20 mm römischen Lichter, 10 Schuss, die 18, 4 Stück geschossen, in Bund. Oh, schöne Farben. So, weiter zur 19, 30 mm, 10 Schuss als Dreierfecher geschossen. Schön gleichmäßig, kann man nichts sagen. Dann Position 20 auf 30 mm Dreierfächer. Jetzt schlampert. Position 21. Also Schussfolge ist extrem präzise. So, weiter mit der 22. Und weiter mit der 23. Einmal mit, Wolfgang, einmal ohne. Na, irgendwas ist da schiefglaufen. So, wir machen mit 45 mm sieben Schuss Feuertöpfe mit Bombette, 24. Okay, 27. Ach, boah. Stammzeit ist unglaublich geil. Boah. Boah. So, gekauft. Dürfst nicht auf dem Acker abschießen. Und weiter mit den 45 Millimeter, 25. Echt lecker. So, weiter mit der 27. Alt, stopp, 26, richtig? 26, sorry. Keil. So ein schöner Geldflimmer. Und die 27 jetzt. Schick. Von 10 in Front, ey. Boah. Weiter mit der 28. 28. Auch schon. Oh. So, jetzt die 29, 8 Schuss, Farbe zum Knall. Die gäbe es natürlich auch rein in einer Farbe. Wir haben es jetzt mal gemischt. 29. Oh, je. Viel Spaß beim Suchen. So, weiter mit der 30. Boah. Top Qualität. Sehr geil. Und weiter mit der 31. Yeah. Die will ich haben. Schöne Lopi. So, wir machen weiter jetzt mit den Bomben. Super. Schöne Lopi. Überstattungen dubet. さ staffing. Wir machen weiter. Wir haben das. Wir machen weiter. Aber das. процbe sustainability. Wie?